Herzlich Willkommen liebe Freunde von Bodykult TV. Heute unser Gast im Interview, ein Bodykult-Athlet, René Stange. René, seit wann betreibst du den Kraftsport und das Bodybuilding? Ich habe mit 17 begonnen den Kraftsport zu betreiben und es sind mittlerweile 23 Jahre. Zu Beginn deiner Laufbahn hast du ja bei Bankdrückmeisterschaften teilgenommen. Wie erfolgreich warst du da? Ich war österreichischer Meister, österreichischer Vizemeister, Landesmeister und in der Landesauswahl. Das war eine ganz schöne Laufbahn bis jetzt. Danke. Was sind deine nächsten Ziele im Bodybuilding? Das nächste Ziel ist am 2. Oktober die internationale deutsche Meisterschaft im Bodybuilding beim Bund Topingfreier Bodybuilder. Kannst du uns irgendwas über deinen Trainingsbooster, den du zurzeit verwendest, sagen? Gibt es da irgendwas, was du favorisierst? Mein absoluter Favorit ist zurzeit der NO Rebirth. Den kann ich sehr empfehlen. Der ist für mich das Wichtigste. Warum gerade dieser? Die Mischung von diesem Produkt ist für mich genau richtig. Und zwar hat er genau genug Arginin drin, Beta-Alanin und Citrullin. Was uns jetzt noch natürlich interessiert, wie bist du zu Bodybuild als Kunde und in weiterer Folge dann als Athlet gekommen? Das war eigentlich ganz zufällig. Ich bin auf der Autobahn vorbeigefahren Richtung Arbeit und habe da meinen Eiweiß-Shake vergessen. Ich bin da Zuburg gefahren, habe den Martin Benedikt kennengelernt und seitdem bin ich beim Bodybuild-Kunde. Vielen Dank. Danke sehr.